Musik Aber bevor ich jetzt die Veranstaltung auf dem selben Ende, gibt es noch irgendjemanden, der die Möglichkeit ergreifen will, etwas sagen möchte oder eine Frage hat? Wie gesagt, gerade haben wir hier doch noch einen Bürgermeister da. Gibt es noch irgendetwas? Liederdorfer, liebe Anwesende, ich bin kein Redner. Ich hatte verletzt im Gespräch mit Herrn Olde, wer immer von der Freien Preise, ich weiß nicht, ob Sie es denn kennen, aber macht Leserpost. Mein Anlass, mit ihm zu reden, ich habe mit ihm telefoniert, ich habe mit ihm telefoniert und ich habe gesagt, was haben Sie sich denn da gestern erlaubt mit Ihrer Freien Presse, diese gescheiterte Kanzlerin auf der ersten Seite zu veröffentlichen, riesengroßes Bild. Das hätten Sie von mir aus innen drin oder innen drauf machen. Ich war im Kaufland in Swinitz, da lag ein ganzer Stapel nach Freien Presse dort, wo es sonst wieder voll war abends. Ich habe mir eine Zeitung weggenommen, vorne drauf diese gescheiterten Kanzlerin zu sehen. Da war mir das gleich übel. Und ich habe dann die Leute beobachtet, die dasselbe getan haben wie ich. Die Zeitung weggenommen, guck, jüp, wieder hin. Da hat man sich gar nicht gewundert, wenn der Arm ist noch ein ganzer Stapel liegt. Und ich habe gesagt, also ich bin erschüttert davon. Und am nächsten Vormittag habe ich diesen Herrn Polterwärme angerufen und habe gesagt, was haben Sie sich denn da dabei gedacht, diese gescheiterte Kanzlerin zu veröffentlichen auf der ersten Seite. Das ist unsere Sache. Wir können interviewen, wenn wir wollen. Ich kann das doch auch machen, aber nicht auf der ersten Seite. Die Leserinnen, die Leser der Freien Presse so zu schockieren. Und ich habe gesagt, wissen Sie was, wenn ich sie abonniert hätte, Sie hätten heute von mir die Kündigung gehabt. Es geht aber noch weiter. Was wollen Sie denn tun, um diese Kanzlerin zu stürzen? Ich sage, ich weiß, was ich mache. Mein einziges Mittel ist, auf die Straße zu gehen und dagegen zu protestieren. In aller Form. Das ist meine Leichtigkeit. Ja, also, wie ich merke, die Antwort von ihm, wie ich merke, gehen Sie zu Begina und klatschen Beifall für die Redner. Ich sage, die warten Sie schon einmal bei Begina. Gehen Sie mal hin, so friedlich und so. Ich sage nicht, wie es dazu geht. Nein, das finden wir nicht mehr wieder. Ich sage aber, Sie kriegen es ja vorgeschrieben von Ihren Brötchen, was Sie in Ihrer Zeitung zu schreiben haben. Bei mir, es hat sich das absolut erledigt. Ich werde einen großen Bogen machen. Ich werde Sie nicht mehr auf der ersten Seite angucken. Da konnte man nichts mehr sagen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag auf Wiederhören. Das ist unsere freie Presse. Fui Teufel! Fui Teufel! Fui Teufel! Fui Teufel! Fui Teufel! Vielen Dank.